hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich nach dem ticket und heute habe ich auch spiel es falsches spiel warhammer 40.000 lost cruiser viel spaß ok und jetzt sind wir hier vollbild mal rein machen zack zack zu viel gedrückt so das ist der sound und es geht los ich probiere wieder die roten punkte erstmal weg zu machen so wie immer nicht immer meistens einige lassen sich meistens immer stehen aber okay das spiel habe ich so nicht so oft gespielt es ist euch das dritte mal durch das spiel spiele das geht nicht da muss ich bezahlen da ist noch ein roter punkt was sogar mehrere dann geht es hier weiter mit die roten punkte erst mal die leute alle abholen alles feuer oder passt noch was gut hier hat was hier können wir ein paar sachen kaufen das ist auch gut da drauf drücken da muss ich die diamante bezahlen das meine ich aber ich kann noch einmal gratis wechseln 10.000 ich habe lieber solche sachen ich weiß nicht genau wie das bei denen spiel ist ob ich jetzt hier über die wildnis hier andere leute angreifen kann und die meine ressourcen klauen können wo ich mal davon ausgehe deswegen wandle ich das lieber gleich in solche pakete um weil die können ja nicht geklaut werden zumindest kenne ich das so von den anderen spielen und daher probiere ich das immer so schnell wie es geht um zu wandeln 10 euro zum freischalten alles abholen das sieht hier immer so ein bisschen aus wie states of survival war das glaube ich geht das automatisch schon ab 2 strich 1 ok dann wird hier jetzt mein nächstes ziel sein 2 strich 1 normal kann ich hier noch truppen beschwören aber das sollte uns auch allein geschaffen deshalb habe ich hier kein tank dabei sind alles fernkämpfer wenn er über die hälfte weg hat dann würde ich einen beschwören ja doch hier da da gibt es den tank also ich muss kapitel 2 strich 1 fertig machen dann könnte ich immer auf automatik gehen nächstes ziel 2 strich 1 das sind nochmal hier kämpfe das ist gut das ist gut das ist gut dann warten wir das sind auch das sind Alles abholen. Die haben mich in eine Allianz gelassen. Wie nice ist das? Die sind selber selten und bleiben. Die sind selber selten. Das waren sehr viel übrig. Ach so... ja komm hier ich verstehe so 20 mal gespendet jetzt hab ich fertig ne geh nicht tägliche quest so zurück zur Basis ähm Ausbildung genau hier einmal ausbilden ich möchte die Level 1er upgraden ausbilden sofort da dauert 11 Minuten bei denen das gleiche bei denen das gleiche ich glaube den konnte ich noch nicht doch auch schon dann war es der den ich nicht konnte ja Forschung was haben wir noch schönes hier Truppenhain keine verletzt keine verletzt ist gut Marschzug Baum 1,2,1,2,1,2 ne die lasse ich erstmal Mission was habe ich denn hier noch schönes Schlachtkreuz Schlachtkreuz auf Level 10 Upgraden bestätigen 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 was haben wir noch hier Inventar ein 40 mal Inventar da ist noch ein Geschenk zum abholen da ist noch ein Geschenk zum abholen Ok haben wir hier Expedition genau hier muss ich auf Kapitel 2,1 kommen das ist der hier oh nice es sind nur zwei Kämpfe und dann kann ich mal ausprobieren wie das aussieht mit den Schlachtkreuz auf Stufe 18 dann kriege ich den Krossen ok na das dauert noch das schaffe ich auch nicht sobald er wieder in den dritten Bereich kommt werde ich den Tank ausspielen das ist jetzt der hier sind jedes mal andere Leute mit dabei das sind 4 Nahkämpfer ein Panzer oder Raketenwerfer und ein Tank wie die heißen bei Warhammer keine Ahnung aber eh so das war noch nicht bei 3 angekommen aber das wäre jetzt passiert ah super dafür habe ich den gewollt wieder eine Einheit weggegeben was ich mir doch sparen kann damit ich mir doch sparen kann rettig gut was war das hier erkunden abholen 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 jetzt dann überspringen und hier nach geht das mit Ah, geht jetzt schon. Boah, haut da alles raus. Bei den ganzen Einheiten. Und da ist noch ein Panzer, den haut er auch gleich raus, oder? Da ist er. Rakete mehr verpanzert. Bäh. Aber irgendwie konnte ich mir das auch schon denken, dass er alles raushaut. Gut, dann gehen wir zurück. Später. Nee, 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 nee. Benutzen. 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 Ist das auch eine Truhe? Ne, das ist ein Buff, ne Buff will ich jetzt gerade nicht benutzen, ausdauerlich, ne, ne, Ich habe vergessen Essen anzumachen, oah, ich böser Junge, ich höre meine Frau in der Küche, gut, dann haben wir jetzt hier einen neuen Held, bestätigen, da, bis auf level 14, zwei Fragmente fehlen da noch, ok, kein Problem, da kommt jetzt der hier dran, level, auf level 10, das war es hier, und was habe ich bei denen noch, ah, Fragmente, Oh, nice, ein Stern voll, ok, jetzt habe ich zwei, Leutnant Kapitäne mit einem Stern voll, Dann haben wir hier noch die Sachen zum Einkassieren, Mission haben wir noch, Ok, vorschuldig, war ich erschrocken, Das haben wir noch hier, den haben wir noch, Und die haben wir noch, und jetzt haben wir noch, Ah, da, Radar, Gleich kann ich mir eine neue herbeirufen, und dann kriege ich vielleicht nochmal einen Scan frei, Hm, ja, doch, sind fünf Stunden, das geht, Dann machen wir einmal den hier, zack, Dann machen wir mal den hier, zack, und den machen wir noch, Mit wem will ich laufen, ich nehme mal die zurück, und ich nehme mal hier den schlechtesten, Ah, warte mal, ich schaue mal, wer hier alles kompatibel ist, Wow, kompatibel, perfekt, die drei, schaue mal, und mit dem, Und die beiden wahrscheinlich, ja, oh, hier die drei auch, Wir nehmen jetzt erstmal, diese, Ich habe es noch nicht gehabt, dass drei kompatibel sind, Weil wir bislang noch nicht gefunden, Jetzt habe ich es gefunden, doppelte Geschwindigkeit auf Automatik, nice, Ist allerdings, ja doch, hier ist Nahkämpfer direkt kein Tank, nur Nahkämpfer, Da muss ich mal das andere kompatible Paket da nehmen, Und fertig? Möhm, das ist đang presume der überhaupt, Es gibt drei Tendente in der Kampf. Und.... Ja, das schaffe ich nicht. Das ist der nächste Angriff, danach... Danach habe ich den nächsten Scan frei, also wird es sofort ausgespielt, soweit ich weiß. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, und es kommt ein Scan, weil er voll ist, ja, genau. Dann machen wir erstmal den hier, der am weitesten weg ist, einmal aufs Fragezeichen, und dann nehmen wir den. Es war noch kompatibel, die drei, da ist auch ein Tank dabei, gut. Doppelte Geschwindigkeit drin, gleich den Raketenpanzer beschworen, gleich kommt bestimmt der Tank. Ach, da ist der Tank, gar nicht mitgekriegt, und gar nicht gesehen, wie er beschworen wurde. Oh, mein, ah, mein Held ist down. Erstmal, dass ein Held von mir down ist, ich weiß nicht, wie das aussieht. Da liegt es hier einen Sekunden auf dem Boden. Also könnte man eigentlich alle in Ruhe so durchlaufen lassen. Ich denke mal, die Runde ist vorbei, wenn alle down sind. Dann haben wir die wieder. Ich denke mal, die Runde ist vorbei, wenn alle in Ruhe so durchlaufen lassen können. Wenn die alle Raumschiffe haben, warum fahren die noch mit Panzer rum? Verstehe ich nicht. Okay. Das war's damit. Stufe 8. Mission. Und. Ok. Ehm, der Einen war. Level 8. Das war das stärkste, aber. Ah, der Einen war. Das ist auch fast gefallen. Ah, noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und hier kann ich auch noch was voll machen. Ich glaube, der ist der stärkste jetzt, oder? Ne. Nicht ganz. Level 2, 1 und 1. Äh, nicht Level. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Stufe 2. Auch nicht Stufe. Irgendwas mit der 2. Okay, haben wir hier noch was? Eins amellen. Auswählen, löschen. Und Inventar. Das haben wir hier noch. Das ist aber noch am bauen, oder ist er schon fertig? Fertig. mäßig. Das ist natürlich gar nicht wichtig. Genau. Drei рублей bei dir. gleich bin ich fertig upgrade, eine Stunde das ist gut, das werden wir nicht mehr erleben der ist auf 3, das können wir noch schnell machen welcher war das? nochmal gucken, gucken wir nochmal, mission forschung forschung, ordens servitor so niedrig ah, forschungslabor und das geht nicht gut, dann nehmen wir irgendeine andere forschung nehmen wir einfach die hier zack werden jetzt noch einmal alle Leute hier produzieren oder ausbilden auf Stufe 2 besser gesagt da die noch ach, jetzt habe ich neue gebaut, nicht ausgebildet da haben wir noch Panzer ausbilden Truppen heilen keine da ist gut die roten Punkte nochmal weg machen und ah, die ist auch noch einsammeln Basis erweitern ok, kann ich da jetzt die anderen noch hinbauen erst ab Level 10 also nicht Level 10, sondern Schlachtkreuzer 10 das wollte gerade sagen, das war es aber da ist nochmal was zum Freischalten das geht noch nicht gut dann möchte ich mir sagen, das war es für heute ich habe da schon wieder ein Inventar rote Punkte Punkte müssen weg sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen ok, das war es alle roten Punkte weg alle roten Punkte weg jawoll Mission bin ich an kämpfen da ist noch ein Paket gekommen dann haben wir da noch meinen roten Punkt und das war es jetzt wirklich auslocken schnell, bevor wieder was kommt Dankeschön für das Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mal seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschu 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 tschu